Dann erzählen wir noch über das andere Experiment. Hier saßen wir hier unten im abgeschirmten Raum an einem Torsionsvortex-Generator und wir konnten durch unsere Geisteskraft diese Welle, diese Rotationswelle harmonisieren von 75 auf 100 Prozent zum größten Teil. Das heißt, wir können, sage ich mal, die Aura des Menschen, die Chakren rund machen, in Ordnung drehen. In der Reihenfolge danach schalten, denn wir haben auch beobachtet bei vielen Menschen, die hierher kommen, wir sind ja mittlerweile hellsichtig und können das alles erkennen, wie extrem verwirrt in ihnen alles aussieht. Von den Drüsen angefangen, Hypophys, Hypothalamus, Olympische System, Basalkerne, alles, was sich im Kopf abspielt. Die Zirbeldrüse, die wichtigste Drüse, sorgt für Tiefschlaf, für eine starke Regeneration des Rückenmarkes und produziert das Melatonin, genauso das Serotonin, das Glückshormon. Das ist den Menschen noch verloren gegangen. Und auch das können wir alles wieder korrigieren und die Chakren drehen dann in die richtige Richtung und der Mensch ist energetisch vollgeladen und kann ein glückliches Leben führen. Da muss die Reise hingehen. Wir sind ja eigentlich dafür da, wir Geistheiler, das heißt ja auch Geistheilung. Warum heißen wir Geistheiler? Weil wir es verstehen, den Geist des Menschen so zu verändern, dass die Heilung aus ihm selbst heraus sich erfüllt. Und mein Ziel und dein Ziel, Tanja, ist ja, den Menschen so gut zu präparieren in der Selbstheilung, dass er gar nicht mehr krank wird. So ist das. Tja. Fangen wir an. Fangen wir an.